Musik Wir wollen unsere Mitglieder und Kunden unterhalten. Wir wollen ihnen Menschen zeigen, die sie vielleicht sonst nicht treffen, die man nicht anhören kann, aber die etwas zu sagen haben. Der Titel Verliebt, Verlobt, Verrückt, der ist ja nicht von uns. Sondern der ist ja von Amelie Fried und Peter Probst. Egal in welcher Branche, aus welcher Richtung, es gibt immer Menschen, die sich engagieren. Und ich weiß, die Banken haben einen sehr schlechten Ruf seit vielen Jahren, aber ich denke, man kann sowas nie über einen Kamm scheren. Und auch Banken, denke ich, viele Banken, wie man weiß oder auch sieht, bemühen sich sehr, auch Gutes zu tun und nicht nur Hohlzinsen zu verlangen. Also, und das ist ja auch wunderbar. Also, vor so vielen Menschen zu lesen und zu sprechen und zu erzählen und auch dazu zu einem relativ persönlichen Thema, da ist man schon aufgeregt. Aber es hat eigentlich von Anfang an großen Spaß gemacht. Wir wurden so herzlich empfangen und die Atmosphäre war so schön, dass die Nervosität sich dann auch schnell gelegt hat. Wir wollten natürlich darauf reagieren, dass wir für eine Bank lesen. Aber letztlich liest man immer für Menschen. Und da ist es dann einfach wichtig, dass der Funke überspringt. Und ich glaube, das ist heute sehr gut gelungen. Eine Bank muss tatsächlich auch mal andere Wege gehen. Und das ist heute Abend bewiesen worden, als so großzügig für die Schule Isus gespendet wurde, für junge Flüchtlinge. Erfrischend, schöner Rahmen. Die Referenten oder die Leser waren sehr erfrischend, sehr authentisch und haben mich sehr gut amüsiert und sehr gut unterhalten gefühlt. Von der Bank erwarte ich es nicht. Mittlerweile erwarte ich es aber von der Raiffeisenbank Münchlich-Süd, weil ich die als langjähriger Kunde und treuer Kunde schätzen gelernt habe und mich da rundum gut aufgehoben fühle. Ich bin hier eingeladen worden und habe diese Gelegenheit wahrgenommen und wollte mir das einmal anschauen. Und ich bin sehr angenehm überrascht. Das hat mir sehr gut gefallen. Und es wurde auch sehr viel geboten. Die Lesung, das Hauptteil eigentlich war von diesem Abend heute, die habe ich sehr genossen, war wunderbar. Und wenn wieder etwas ist, also wenn wieder mal so eine Einladung ist, dann werde ich gerne wiederkommen. Es war sehr, sehr erfrischend. Wir haben herzhaft gelacht. Ich und meine Kollegin, die neben mir saß, die ist eine Fachanwältin für Familienrecht. Wir haben uns da also absolut wiedererkannt, auch in unseren Mandaten. Ich fand es toll. Und für mich als Familienrechtlerin war dieses Thema verliebt, verlobt, verrückt sehr interessant und aus der Perspektive eines Paares zu sehen, die wirklich sehr lange verheiratet sind. Weil in meinem beruflichen Alltag sehe ich halt immer nur die gescheiterten Ehen. Bis zum nächsten Mal.